Papagei.com, das Videosprachlernportal. Zukunft Personal 2013 Über 15.000 Besucher waren in vier Messehallen zu Gast. Top Themen in diesem Jahr waren Personalführung, betriebliches Gesundheitsmanagement und der Umgang mit einer immer schneller werdenden und komplexeren Arbeitswelt. Papagei.com stellte in diesem Jahr zur Zukunft Personal aus. Sehen Sie hier den Messestand und einen Teil des Papagei-Teams. Erleben Sie Sprachlernen jetzt neu, nämlich mit interaktiven Videosprachkursen. Jetzt im Interview Jan Ossenbrink. Papagei bietet an, die Unternehmensleistung zu steigern, indem man den Erfolgsfaktor Kommunikation nutzt, im konkreten Fall das Thema Fremdsprachen. Der Mehrwert ist, dass man besonders motiviert ist, sein Sprachniveau zu verbessern, sodass die Zeit zur Verbesserung des Sprachniveaus wie im Flug vergeht. Sehen Sie nun Impressionen aus dem Vortrag Videolympic Learning mit Carsten Mitzeneck. Sie möchten eigentlich eine Sprache lernen und haben schon alles Mögliche probiert. Sie haben es probiert mit Lehrern, Sie haben es probiert in der Schule, in der Volkshochschule, mit CDs, mit Büchern, aber irgendwie hat es alles nicht so richtig geklappt. Es gibt gewisse Erfolgsfaktoren, gerade beim Sprachenlernen, die zwischen dem Lernenden und dem Erfolg letztendlich stehen. Und die gilt es zu beseitigen. Und wenn man diese Erfolgsfaktoren identifiziert, dann kann man daran arbeiten und dann hat man einen wesentlich effizienteren Weg, tatsächlich auch Sprachkenntnisse zu erwerben. Sie brauchen Gefühl. Sie brauchen das Gefühl für eine Sprache. Und das setzt sich zusammen aus ganz unterschiedlichen Faktoren. Jede Sprache hat andere kulturelle Wurzeln. Im Spanischen, da redet man mit dem ganzen Körper, da redet man mit Händen und Füßen. Was können wir eigentlich Leuten anbieten, die genau dieses wollen, aber nicht die drei, vier Jahre Zeit haben, um letztendlich ins Ausland zu gehen. Auch da gibt es Möglichkeiten. Es gibt Leute, die können mit Textbüchern, die können mit CDs eine Sprache lernen. Das geht. Aber es ist nicht die überwiegende Mehrzahl. Sie benötigen den passenden Inhalt. Und zwar den für sie individuell passenden Inhalt. Und wir vom Papagei haben das größte Angebot an Originalvideos mit über 10.000, die wir speziell customisen können. Aber das ist halt das Besondere, dass wir über die Untertitel, die Sprache und Musik sowohl die emotionalen Bereiche ansprechen, als auch das Unterbewusste im Gehirn. Mit Videos, Originalsprache und den Untertiteln kann man wesentlich schneller Sprachen verstehen. Und genau für dieses auch wissenschaftlich bewiesene Phänomen haben wir in diesem Jahr genau an dieser Stelle auch den Deutschen Bildungsmedienpreis gewonnen. Videos, die mich interessieren. Eine Bank interessieren andere Dinge als einen Pharmahersteller, als einen Automobilzulieferer. Und genau für diese Zielgruppen können wir genau passende Angebote aus unserem riesigen Fundus zusammenstellen. Wie sieht so etwas im Einzelnen aus? Wie sehen die einzelnen Lernphasen aus? Und wie bilden wir so etwas ab? Natürlich, die Videos sehen, Originalvideos und letztendlich dann bewusst und unterbewusst die Sprache aufnehmen. Sprechen, die Aussprache üben, entweder über den Aussprachetrainer oder aber, wenn man es braucht, über den Webcoach. Trainieren, wir haben zahlreiche Übungen drin, aber nach meinem Verständnis, das heißt, ich kann so schnell oder langsam machen, wie ich es möchte. Das Gelernte auch überprüfen. Ja, die meisten Personalchefs verlangen auch heutzutage eine Überprüfung, ein Zertifikat und ein Nachweis, dass ich auch wirklich etwas gemacht habe. und natürlich auch auf eine sehr intuitive Art und Weise Dinge, wenn ich tatsächlich etwas brauche, ganz zum Schluss, wir haben ja gesagt, Gefühl ist wichtig, aber gewisse Komponenten bilden wir natürlich mit ab, für die, die Grammatik haben wollen, gibt es natürlich auch diesen Bereich bei uns abgebildet. Herzlichen Dank und viel Erfolg noch auf der Messe. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern Fremdsprachen besonders motivieren, flexibel und effizient beibringen wollen, dann ist es ganz einfach. Wir haben einen Termin zusammen, wir bringen Ihnen Lösungsvorschläge mit, im Gespräch passen wir es exakt auf Ihren Bedarf an und anschließend geht es mit vollem Service in die Umsetzung und Begeisterung Ihrer Mitarbeiter. Weshalb ist Papagei.com so geliebt? Weil es ein ganz neues Sprachlern-Erlebnis bietet. Es ist extrem motivierend mit Papagei die Sprache zu lernen. Sie haben die Verbindung von Video mit interaktiven Übungen und das ist einfach großartig, damit Sprachen zu lernen. Hier sehen Sie die Kontaktdaten des Papagei-Teams, welche sich auf den Kontakt mit Ihnen freut und für beinahe jede Ihrer Anforderungen ein individuelles Lernvideo bereit hält.